Juhu, ich bin's wieder. Totne vom Start. Heute mal wieder ein anderes Problem. Und zwar, das ist mein Kopfhörer von AEG. Das ist der K701 und ja, die Augenpulse lösen sie langsam auf. Gut, ich habe es letzte Woche aufgebaut. Ich weiß nicht mehr, den linken und den rechten. Und dann hat es voll die Scheiße rausgekommen. Ja, genau. Seht ihr es hier? Das hat alles raus hier. Das löst sich total auf. Die andere Seite habe ich letztens auch mal gemacht. Ein bisschen reinblasen. Also, der löst sich mit der Zeit auf. Er ist ja erst 10 Jahre alt. Gut, ich habe mir jetzt neue Dinger gekauft. So, die werden wir jetzt gleich mal testen hier. Ob das, was gescheitzt ist. Na, gehen wir drauf jetzt. So, das ist jetzt der neuen Armpolster. War schon besser aus. Der fühlst sich doch auch nicht gut bei dem alten Kopfhörer. Da ist ja voll Kragenspreck drin. Ja, 10 Jahre her. Ja, mei. Also, ich habe es das letzte Jahr auch nicht mehr auf gehabt. Da werde ich erst mal schauen müssen, wo ich es herkriege. Gut, das hat es jetzt erledigt. Okay. So, an einer Seite, jetzt die andere. Der geht besser, so. Jo. Oder auch nicht. Ja, geht schon. Gut, man muss ja noch ein bisschen probieren. Jo. Also, nagelneu wieder gemacht. Gut, das war es an der Stelle. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.